Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Bending-Challenge, ihr könnt es sehen, Pre-Black Friday ist am Start. Wir haben D'Olefo oder D'Olefeo am Start, Icon SPC ist am Start und unter anderem auch Best of Team of the Week mit Messi, Rashford, Mané und Co. Also einiges steht an, Best of Team of the Week, ihr seht es hier einmal mit Bernier D'Oleco am Start für 5 Tage. Black Friday ist da und Beginn am 27. November, also morgen natürlich, die Promo da also am Start. Und das jetzt quasi, ihr seht es hier schon, Pre-Black Friday Promo, die einmal am Start ist. Wir haben heute Flash SPC, primär geht es heute wieder um die Top-Partien SPC, jede Woche Donnerstag hier auf dem Kanal. Alle anderen Sachen werden wir uns heute nicht detailliert anschauen, heißt keine Icons, keine Ligaspieler und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Pecklack. Morgen ab 20.30 Uhr gibt es einen Livestream, Freitag 20.30 Uhr. Wenn ihr da Pecks also ready habt für die Black Friday Promo, dann kommt gerne auf jeden Fall rum. Es wird sich auf jeden Fall sehr, 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 sehr lohnen. Ja, und bevor wir rein starten, in das Video könnt ihr gerne das Video supporten. Und zwar mit einem Daumen nach oben, 300 Likes. Schriebe wieder jetzt hier raus, wenn ihr eure Daily Dosis an FIFA 21, die ihr nicht mehr verpassen wollt, dann gerne eine Glocke aktivieren. Ja, Nabu, da lasst uns auf den Weg zu den 40.000 Abonnenten weiter supporten. Und heute wirklich ein fettes, fettes Content-Ding, was heute hier am Start ist. Wir gehen mal kurz zu den Zielen. Also, wir haben zum einen Serie A Ligaspieler Deo Lofeo am Start. Nicht nur das, sondern halt auch unter anderem das Best-of Team of the Week in Packs. Es sitzt hier für vier Tage und 23 Stunden weiter in Packs verfügbar. Und dann haben wir Squad-Building-Challenges bis nach, keine Ahnung, wohin. Also, da ist auf jeden Fall einiges am Start. Ich werde euch wieder Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie man das Ganze günstig abschließen kann. Dann, Hernandez, wir haben Veron und Bergkamp eure Meinung zu den SPCs runterschreiben. In die Kommentare zu der Pre-Season, äh, Pre-Season wollte ich schon sagen, Pre-Black-Friday-Promo. Und Flash-Challenge ist schon direkt am Start. Da ist es meistens diese Black-Friday-Challenge vor Ablauf der Zeit. Eine Stunde, 21 Minuten ist die noch verbleibend. Die werden wir auf jeden Fall heute angreifen, Jungs. Und dann haben wir die Top-Party in der SPC am Start. Da gibt es direkt ein Megapack zurück. Also, heute insgesamt sechs Sets, die wir heute hier in diesem Video öffnen. Es wird richtig nice. Es wird richtig nice, Jungs. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal rein. Wie gesagt, eigene SPC ist am Start. Die Pre-Black-Friday-Promo auch am Start. Und, ähm, ja, es erwartet uns auf jeden Fall einiges. Ich denke, morgen geht es dann richtig los. Ich werde morgen nochmal wahrscheinlich bis 12 Uhr mittags, kriegt das ganze Video online, nochmal ein separates Video zur Black-Friday-Promo euch bringen. Damit ihr wisst, okay, das wird euch erwarten können für, zu dieser Black-Friday-Promo. Und wir starten jetzt einfach direkt mal rein, würde ich sagen. Und zwar mit der Flash-Challenge, die ist ganz, ganz easy und ganz, ganz schnell gemacht. Das war mit folgenden Bedingungen. Da müssen wir liegen. Mindestens fünf abgeben. Spieler aus der Sämtliga mindestens vier. Seltene Spieler mindestens vier. Dann haben wir Goldspieler mindestens sieben. Spieler-Quantität mindestens Silber. Und die Teamspieler liegt bei mindestens 75. 90 haben wir erreicht. Das Ganze könnte eins zu eins nachbauen. Ihr geht einfach in eine Nation. Und bei mir ist es jetzt die französische geworden. Wir geben ab Areola. Wir haben Roussillon. Wir haben Thüram. Wir haben Plea. Wir haben Aguilar Vogui. Wir haben Bakayoko. Wir haben Iconé. Wir haben Valbuena. Wir haben Ayushiche. Ayushiche, Kriveli und Mopai einmal am Start. Also das hier. Die Flash-Challenge zum Abschließen. Primo-Elektro-Spieler-Pack gibt es da direkt zurück. Also ihr seht, die Packs sind auf jeden Fall am Start. Und uns erwartet hier auf jeden Fall einiges. Und wie in der Woche Donnerstag natürlich jetzt auch hier wieder die Top-Partien. Heute um 12 Uhr schon die Bronze-Pack to Glory online gegangen. Da habe ich euch hier gezeigt, wie man Profit machen kann. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab. Es lohnt sich. Und jetzt heißt es Top-Partien-SPC. Bevor wir dann reingehen und alle Sets einmal öffnen. Wir haben AC Mailand gegen Florenz am Start. Wir haben Valencia gegen Atletico Madrid. Wir haben Dortmund gegen Köln. Und Chelsea gegen Spurs. Wir starten rein mit Mailand gegen Florenz. Die SPC könnte auch 1 zu 1 nachbauen tatsächlich. Und dann müssen wir Folgendes machen. 1 ZDA-Spieler mindestens abgeben. Wir haben 7 abgegeben. Kein Problem. Ligen mindestens 3. Haben wir darauf aufgepasst. Nationalitätenregion maximal 5. Dann war 2 nur abgegeben. Seltene Spieler mindestens 3. Haben wir punktgenau erreicht. 74er Team. Gesamtbewertung haben wir auch erreicht. Und Team Chemie liegt bei 75. Mindestens 85 haben wir erreicht. Wir geben diese folgenden Spiele ab. Ihr drückt auf Leertaste, falls ihr da quasi die Namen braucht. Vorne wie gesagt. Mittelfeld und Offensiv. Bin ich mit der Serie A gegangen. Mit den Spielern, die ich im Verein habe. Und Verein hatte sozusagen. Und unten mit der belgischen Nation gegangen. Drei aus der belgischen Liga. Einer, weil wir malen aus der japanischen. Und so haben wir das Ganze dann direkt schon fertig. Gemütliches Spielerset gibt es da zurück. Wir hoffen natürlich auf ein Best-of. Team Autorik. Der wer da ziehen gehört aus den Päcks, Jungs. Also auf jeden Fall Daumen drücken. Ja, schon mal. Hashtag Päcklack in die Kommentare. Nächste SPC. Valencia gegen Atletico Madrid. Auch wieder easy going, Jungs. La Liga Santa der mindestens zwei Spieler. Vereine maximal vier Spieler. Mit der Selma zur Täteregion mindestens drei. Seltene mindestens ein. 75er Gesamtbewertung. Und Team Schenig bei mindestens 75. Hier aufpassen. Denn, ihr seht es, Vereine maximal vier. Da müssen also einige doppelt gemoppelt sein. Ja, und das ist bei mir auch der Fall. Einige Out of Position und so weiter und so fort. Aber es passt. Und das ist das, was wichtig ist. Wir haben Rui Silva, Carlos Neva, Siobas. Dann haben wir ihn am Start. Ihr seht die Namen, Jungs. Ihr seht die Vereine, die am Start sind. Also Aiba unter anderem am Start. Wir haben Kritaffe einmal am Start. Und dann haben wir noch Granada. Und dann haben wir noch auch wieder Aiba am Start. Also ihr seht, Huesca ist noch als Innenverteidiger am Start gewesen. Weiterer Verein da am Start. Also, das die Spieler, die wir abgeben. Geht einfach da gerne in die La Liga. Guckt, wie gesagt, dass er maximal vier an Vereinen nicht überschreitet. Da aber keine, ja, kein Verein, der auf jeden Fall vorgegeben ist. Anders sieht das bei Dortmund gegen Köln aus. Da müssen wir eigentlich mindestens einen Dortmund- oder Köln-Spieler abgeben. Und das haben wir getan mit einem Horn. Und das Spiel aus der Liga ist ja bei einer Maximalbegrenzung von fünf am Start. Deshalb sind wir auch nur mit der Verteidigung und dem Torwart in die Bundesliga gegangen. Und vorne haben wir dann weitergemacht mit komplett Argentiniern. Wie ihr sehen könnt, denn Spieler aus einem Verein mindestens drei, selten mindestens ein. 77er Gesamtrating und 80er Teamchemie, die wir mindestens erreichen müssen. 84 haben wir jetzt hier erreicht. Das Ganze könnt ihr auch wieder 1 zu 1 nachbauen. Wir geben ab Horn. Wir geben Pickerick ab. Wir geben Ascacibar ab. Ascacibar, keine Ahnung. Kramer. Dann haben wir Mittelstädt. Wir haben Pastore. Bataglia. Dann haben wir Roderigues. Corea. Wir haben Semirone. Und Piatti. Also Jungs, ihr seht es. Easy going. Jumbo Primo Gold Pack. Was wollen sie jetzt hier noch obendrein abholen? Also nächstes Set, Jungs. Und es wird immer besser. Es wird immer, immer besser. Chelsea gegen Spur. Ihr könnt natürlich auch warten. Die Sets erst morgen quasi aufmachen. Im Stream dann. Ich werde für euch jetzt wegen der Top-Party natürlich die Packs jetzt öffnen. Ihr könnt gerne jetzt Sets aufsparen, ob das Upgrade-Packs sind. Gemischte Packs. Ist komplett egal. Wir werden am Freitag, also morgen ab 20.30 Uhr einige Packs öffnen. Kommt also da gerne rum in den Twitch-Stream. Schreibt mir das schon mal jetzt gerne runter in die Kommentare, wenn ihr dabei seid. Mit wie vielen Sets von der und der Sache und so weiter und so fort. Ob es gemischte sind, ob es die 81-Plus-Geschichte ist, ob es Team-of-the-Week-Upgrade-Set ist und so weiter und so fort. Mal gucken, was wir da alles zusammen bekommen. Jetzt aber zu Chelsea gegen Spurs. Da müssen wir mindestens einen Spieler abgeben. Bei mir ist es wieder der Torhüter. Gatza Niga. 400 Mützer hat er mich gekostet. Dann bin ich komplett in den Premier League gegangen, denn Premier League-Spieler brauchen wir mindestens zwei Nationalitätenregionen. Mindestens fünf seltene Spieler, mindestens zwei. Neu-70er Gesamtrating, also ein bisschen höher jetzt. Und 85 Team-Schmie. 100 haben wir erreicht, logischerweise. Gatza Niga, Tite, dann haben wir Cody am Start, Holding ist am Start, Bertrand, Erstbesitzer, 400 Mützer, dafür Ünder, Erstbesitzer ist dann unter anderem Matic, Ruben Neves, ebenfalls Untravel, Erstbesitzer, 1-4, Bernhard, Erstbesitzer, Tauschbar, Tosun und Alea, Tauschbar. Erstbesitzer, so Jungs, Prime-Elektron-Spieler-Pack hier nochmal oben drauf und dann gibt es, ihr wisst Bescheid Jungs, und zwar noch das Mega-Pack. Das Mega-Pack, was oben drauf kommt. Und, Jungs, bitte Daumen drücken, wir müssen heute was ordentliches ziehen, dass wir schon mal schön Profit machen, schön alle Straddle-Packs, das ist also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Aber ihr wisst Bescheid, ihr habt es gesehen, einiges daneben auch noch an Content gekommen, also, ja, vergesst das nicht, heute geht es anscheinend schon direkt los, dass da eine Pre-Black Friday-Promo kommt, hätte ich nie im Leben damit gerechnet, muss ich euch ganz klar sagen. Ich dachte, es geht wirklich morgen los, jetzt schon direkt die erste Flash-Challenge am Start, die Flash-SPC, die zwei Stunden verfügbar ist, deshalb, wie gesagt, auch Flash-SPC. Und, was haben wir jetzt am Start? ZOM, Stindl, ja, moin, es wird einfach mal ein Stindl. Nehmen wir natürlich gerne mit, und auch die ganzen anderen Spieler, für weitere Squad-Building-Challenges, ihr wisst Bescheid, früher, oh, Pierre Monte Calcio, nices Trikot, nices Trikot. Also, was kommt hoch, und Rodriguez auf die Transferliste, so, was machen wir jetzt jetzt auf, gemischtes Spielerset, komm, da war nur ein Seltener drin, oder ist nur ein Seltener drin. Was haben wir da, oh, kein Walkout, das wäre natürlich nice, wenn wir jetzt hier direkt einen Walkout ziehen könnten, ein Best-of-Team-of-the-Week, sowas in die Richtung, da würden wir definitiv nicht Nein zu sagen. Falls ihr irgendwelche Spieler seht, die Coins bringen, schreibt mir das auch gerne wieder rein in die Kommentare, Jungs, ihr wisst Bescheid. Support ist kein Wort in diesem Wege, auf diesem Wege. Und jetzt das Prime Electro-Spieler-Pack Nr. 1. Bringt uns nicht den Walkout, bringt uns aber eine UCL-Karte, wenn wir es richtig sehen. Oh, Frankreich, ZDM, Start, Renn, und es wird ein 79er N-Zonzi. Zonzi, Jungs, das geht besser. Drei Packs haben wir, glaube ich, noch, komm. Ja, sind auf jeden Fall keine schlechten Ligaspieler am Start. Hits können wir mal gucken als Dortmund-Spieler, wie viel der jetzt so einbringt. Scheint auf jeden Fall einiges zu sein. Machen wir mal 3-8. Und Dragowski kommt rauf auf die Transferliste. Primo-Elektro-Spieler-Pack, komm. Next one. EA. Zeig uns doch den Walkout. Das haben wir jetzt am Start. Linker Flügel, Nani, Portugiese. Wir wollen anderen Portugiesen sehen. Und zwar Cristiano Ronaldo. Auch hier wieder reine Spieler-Packs. Spieler-Packs sind am Allgemeinen richtig nice. Also Verlust kann man da definitiv nicht machen. Und, oh. Ich glaube, Hits hat sich tatsächlich für 3-9 verkauft, Jungs. Hier wieder kein Walkout. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich das Hits verkauft für 3-9. Gucken wir gleich mal nach. Auf der Transferliste zum Abschluss dieses Videos. Pedrinho, Gossens und Marsal. Falls ihr Bayern, äh Bayern, äh Dortmund und Kölz-Spieler noch gesehen habt, schreibt es mir rein in die Kommentare. Erstes Megapack zum Abschluss. 3-2-1. Let's go. Komm. Wo ist der Walkout? Jungs, kein Walkout. Noch nicht mal Band. Wir bekommen Korea zurück. Na gut. Wir haben immerhin die Profits, die wir jetzt hier auf jeden Fall machen können. Lukas Vasquez, Fredericks. Na, Premier League-Spieler sind nicht mehr hoch angesehen. Wenn Gerhard, ich weiß nicht, also wenn er für 1-9 weggeht, der Gerhard, kann ich ihn gerne anbieten. Das haben wir noch am Start. Ein paar Positionen, übrige Fikatoren. Französische Wappen. Packen wir alles rein in den Verein. Der Rest kommt erstmal drauf auf die Transferliste. Und apropos Transferliste, wir gehen jetzt noch kurz eben drauf und gucken mal, ob sich der Hitze tatsächlich da eben verkauft hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Wahnsinn. 3-8. Hat er sich verkauft für 3-8? Ja, moin. Birkin, was bringst du denn? Anscheinend keine 7-5. Also, auf jeden Fall Profit zu machen. Ihr seht es, dadurch, dass es Best of Team Mocturic draußen ist, könnt ihr auf jeden Fall ordentlich, ordentlich Profit machen. Denkt dran, ja, verkauft eure Spieler. Es lohnt sich, wie ihr sehen könnt, an einem Hits. Und, ja, insofern soll es das gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zerstört gerne den Like-Button und damit reingauen. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie.